Bilder unter freier Lizenz sind eine feine Sache, eigentlich, weil man sie zum Beispiel aus Wikipedia nehmen kann und auch für andere Zwecke verwenden kann, ohne dass man den Urheber fragen muss. Und eigentlich ist es nicht immer ganz so einfach, weil man relativ viele Sachen beachten muss, um einen richtigen Lizenzhinweis zu geben. Abhilfe schaffen soll da der Lizenzhinweis-Generator, der jetzt neu gestartet ist und automatisch solche Lizenzhinweise baut für Bilder aus Wikipedia oder aus Wikimedia Commons. Wikimedia Commons ist quasi das Medienarchiv hinter Wikipedia und Schwesterprojekten. Ich bin auf die Website gegangen, Lizenzhinweis-Generator.de und sehe, dass ich hier eine Internetadresse von einem Wikimedia Commons Bild oder von einem Wikipedia-Artikel eingeben soll. Ich habe mir jetzt hier mal ein Beispiel rausgesucht, den Eintrag zur kleinen, netten schleswig-holsteinischen Stadt Plöhn. Von da will ich ein Foto übernehmen. Und was ich jetzt mache, ist hier den Namen des Artikels einkopieren und dann sucht diese Maschine, was für Fotos und Abbildungen sind eigentlich in diesem Artikel enthalten. Und die kann ich jetzt hier auswählen. Man sieht die Übersicht. Und jetzt nehmen wir mal an, ich möchte dieses schöne Bild hier nehmen. Was jetzt passiert ist, dass es erstens hier oben einen Lizenzhinweis-Hinweis gibt, also die Frage, wann ich überhaupt einen Lizenzhinweis brauche. Bei manchen privaten Nutzungen ist das nicht nötig. Ich kann dann jetzt noch mehr mir darüber durchlesen. Mache ich in dem Fall jetzt mal nicht, weil ich mich dafür entschieden habe, dass ich es nicht privat nutzen will. Sagen wir mal, ich möchte es auf eine Veranstaltungseinladung obendrauf tun. Als erstes werde ich jetzt gefragt, ob ich das in einem Druckerzeugnis oder online verwenden will. Und ich entscheide mich mal für das Druckerzeugnis. Der Unterschied ist vor allem am Ende, wie das Ganze dargestellt wird, weil man natürlich online einfach einen Link setzen kann, wenn ein Link gefragt ist. Und in einem Druckerzeugnis einen Link aufschreiben muss, damit man überhaupt sieht, dass es ein Link ist und wohin er führt. Also ich will das Druckerzeugnis. Zweite Stufe, Sammelwerk. Ich werde gefragt, wie ich das Werk veröffentlichen möchte, zusammen mit anderen Werken oder einzeln. Auch hier kann ich mir wieder einen Erklärungstext anschauen mit dem Fragezeichen, der erklärt, ab wann es denn eine Veröffentlichung zusammen mit anderen Werken ist. Ich möchte jetzt nur dieses Foto auf meine Einleitung rauftun. Damit ist es keine Zusammenfügung von mehreren Werken, also keine Collage, kein Bildband oder ähnliches. Als drittes werde ich gefragt, ob ich es bearbeiten möchte. Bearbeiten geht relativ schnell. Hier ist das Fragezeichen hier oben in der Ecke, wann ist das eigentlich eine Bearbeitung, sobald das Bild in seinem Charakter verändert wird. Das ist auch schon, wenn ich einen Ausschnitt nehmen würde. Also wenn ich jetzt von diesem Beispielfoto jetzt hier nur das mit dem Zug rausschneiden würde, wäre es schon eine Bearbeitung. Ich sage mal nein, ich möchte das Werk in seiner ursprünglichen Form nutzen. Das war der vierte Schritt. Ich habe jetzt meinen Lizenzhinweis. Der ist hier in diesem kleinen grünen Kasten und sieht so aus. Relativ einfach. Wir können ihn nochmal kurz aufschlüsseln. Das Erste, was hier steht, ist der Name des Urhebers, so wie der ihn angegeben hat, der das Bild bereitgestellt hat, also A-N-D. Dann kommt ein Link und zwar zu der Fundstelle, wo man das Bild im Netz findet, in Wikimedia Commons. Danach kommt der Name des Werkes, Flöhnbahnhof 2, so wie ihn sich A-N-D ausgedacht hat und ihn dort angegeben hat. Und dann gibt es noch einen Hinweis auf die Lizenz, unter der das Bild steht. Das Ganze kann ich jetzt kopieren und dann auf meinem Flyer irgendwo ins Kleingedruckte setzen. Kleingedrucktes gibt es übrigens auch hier auf der Website. Noch jede Menge verschiedene Hinweise, Erklärungen etc., die man sich auch durchlesen kann. Ob das jetzt tatsächlich eine ganz tolle Vereinfachung ist oder vielleicht ein didaktisches Potenzial hat, wie bei Netzpolitik.org zu lesen war, möge jeder selbst entscheiden. Noch mal ganz kurz zurück, wenn man das jetzt hier ändert und sagt, man will das nicht in einem Druckerzeugnis, sondern online machen, dann sieht man relativ schnell, dass das Ganze ganz anders aussieht, nämlich viel kurzer, weil man einfach Links setzen kann. Dann gibt es einfach einen Link auf den Benutzernamen, einen Link auf die Fundstelle zusammen mit dem Namen des Bildes und hier nochmal die Lizenz dahinter. Da kann man sich das auch kopieren. Man kann sich das auch gleich als HTML-Schnipsel kopieren, wenn man es in den Blog einbauen möchte. Soweit. Soweit.